Zwei Monate kein Bürgergeld für Arbeitsverweigerer. Hubertus Heil nimmt die große Mehrheit der ehrlichen Bürgergeldempfänger in Geiselhaft. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24d. Meine Damen und Herren, es hat für mich eingeschlagen wie eine Bombe. Sie wissen, ich bin Rechtsanwalt, ich bin gerichtlich zugelassener Rentenberater und ich bin auch mit Leib und Seele Sozialanwalt. Wir haben uns viele, viele Jahre auch mit dem Thema Hartz IV beschäftigt, auch dort mit den Sanktionen. Und Sie wissen ja, einer der Schreiberlinge, die damals dieses Hartz-IV-Gesetz mit sozusagen mit vorangetrieben haben, war unser Bundesminister für Arbeit und Soziales Hubertus Heil. Und wer, wenn nicht er, sollte besser wissen, dass diese damals schon ziemlich rigiden Sanktionen doch zu nichts geführt haben. Bürgergeld oder Hartz-IV-Empfänger, Hartz-IV-Empfängerinnen haben dann sozusagen nur noch den Kopf runtergemacht oder sind zum Anwalt gegangen und der hat dann zum Teil erfolgreich gegen die Sanktionsbescheide geklagt und dann auch gewonnen. Wir wissen, dass massenhafte Verfahren wurden da geführt. Zu guter allerletzt kam es dann zu einer Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, die dann, die Richter in Karlsruhe haben ja dann gesagt, Also Leute, so geht es nicht. Das Sanktionssystem ist verfassungswidrig und deshalb wurde ja dann auch im Bürgergeld sozusagen diese rigide Sanktionierung gestrichen und dort wurde es mit einem etwas sanfteren Ton dann aber trotzdem weiterhin mit Sanktionen vorangetrieben. Meine Damen und Herren, und eben jener, Hubertus Heil, kommt am 28.12.2023, habe ich auf NTV erfahren, doch zu der glorreichen Idee, ich hoffe, Sie können es gut sehen, hier, das ist dieser Mann von der SPD, kommt auch auf die glorreiche Idee, dass er den Arbeitsverweigerern Bürgergeld streichen möchte und zwar zeitweise. Und er sagt, das ist der Ärger über die kleine Minderheit. Ja, meine Damen und Herren, der Ärger über die kleine Minderheit sorgt aber dafür, lieber Hubertus Heil, dass Sie die große Mehrheit der ehrlichen Leute in Geiselhaft nehmen. In Geiselhaft deshalb, weil diese Leute ja sowieso schon unter Druck stehen. Sie wollen arbeiten, sie wollen ein besseres Leben haben und sie setzen diese Leute unter Geiselhaft. Oder steht vielleicht dahinter, dass sie den nicht auskunftswilligen ukrainischen Flüchtlingen dann für zwei Monate die Kohle streichen wollen. Wir wissen es so genau nicht, was ihre Motive sind. Letzten Endes ist es so, wir stehen in einer prekären Haushaltslage und die Ärmsten dieses Landes müssen ihren Kopf dafür hinhalten. Und das aus dem Munde eines SPD-Ministers. Meine Damen und Herren, Ferdinand Lasalle, eines der großen Granden der SPD, würde sich im Grabe herumdrehen, wenn er solchen Leuten wie Hubertus Heil über den Wege laufen würde. Meine Damen und Herren, ich bin über diesen Vorschlag, über diesen Gesetzesentwurf nur entsetzt und kann sagen, dass sie, Hubertus Heil, doch bewusst genau wissen, dass sie hier Druck auf diejenigen ausüben, die ehrlich sind. Sie sagen zwar, dass es nur eine kleine Minderheit ist, die hier die Arbeit verweigern oder Auskünfte verweigern, dass man denen sozusagen ans Fell will. Aber letzten Endes nehmen sie die große Masse derer, die ehrlich sind, die sich bemühen, die wirklich in den ersten Arbeitsmarkt kommen wollen, hier in Geiselhaft. Ich finde, das ist einer SPD absolut unwürdig. Und letzten Endes geht es doch nur darum, hier auf Kosten der Ärmsten, aufgrund der prekären Haushaltslage, die im Übrigen ihr Bundeskanzler Scholz noch damals 2021 als Finanzminister mitverursacht hat, mit seinen Tricksereien in den Haushalt hat er ja letzten Endes das Bundesverfassungsgerichtsurteil aus November 2021 mitverursacht, sodass hier doch nichts anderes hinter dieser Maßnahme steht, den Bundeshaushalt auf Kosten der Ärmsten zu finanzieren. Meine Damen und Herren, er sagt dann, wer nicht mitzieht und sich allen Angeboten verweigert, muss mit härteren Konsequenzen rechnen. Das ist doch die Tonart, meine Damen und Herren, die hier die CDU an den Tag schlägt. Also, lieber Herr Hubertus Heil, nehmen Sie doch Ihr Parteibuch der SPD und geben Sie das der CDU und nehmen Sie dafür das CDU-Parteibuch. Letzten Endes ist doch das nur der Ton, was die CDU-CSU auch letzten Endes an den Tag hier fordert. Das ist alles durchschaubar und das ist lächerlich. Herr Heil, ich kann Ihnen nur so viel sagen, finde es ein Skandal, dass Sie bei den Ärmsten, der Armen hier in Deutschland wieder sparen wollen. Und vor allen Dingen bei denjenigen, Sie sagen es ja selber, die hier ehrlich sind, die nehmen Sie de facto für die kleine Masse der Unehrlichen, der Betrüger, der Trickser, wie auch immer bei Bürgergeld in Geiselheft. Ich sage nur eins, Herr Heil, schämen Sie sich. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel. Erregt hat sich in le君 und macht sich das Gewalt. Alles zu einem anderen Bestiebaut. ErALD an den Teilenberater Peter Knöppel. Ab.